Ich habe heute sehr viele spannende Impulse bekommen und ein wichtigster war eigentlich, dass vor allem der Wissensaustausch in Unternehmen und in Organisationen über verschiedene Führungsstile oder auch Modelle so wichtig ist, um auch Mitarbeiter oder Personen zu ermutigen, sich für zum Beispiel eine Führungsposition zu bewerben, die es normalerweise nicht tun würden.